Ich habe das schon mehrfach gesagt, das hilft uns nicht weiter. Wir müssen uns auf uns selber konzentrieren. Und wenn wir unseren Job machen, wenn wir drei Punkte holen, dann kann man anschließend gucken, was rechts und links ist. Das müssen wir alles ausblenden und das blende ich auch. Das interessiert mich auch, weil ich beschäftige mich mit Union und nicht mit möglichen anderen Konstellationen oder Spielen. Das hilft uns nichts. Der Einzige, der uns helfen kann, das sind wir selber. Oder wir alle zusammen. Alle, die wir hier im Boot sitzen, wir können nur in eine Richtung gehen. Und wenn du ein Spiel gewinnen willst, dann musst du dich komplett fokussieren auf das, was in dem Spiel passieren soll und nicht was rechts und links ist. Wir sind einfach nur ein paar Minuten. Geh used. Amen.